Für uns alle ist es gerade eine schwierige Zeit. Nicht nur für euch, eure Familien, eure Großeltern, sondern besonders auch für uns Schmetterneskinder bedeutet das, in großer Ungewissheit und auch Angst zu leben. Aufgrund von IB sind wir vorbelastet und gehören somit zur Risikogruppe. Wir brauchen aber auch regelmäßig Verbandsmaterial, Medikamente, Nadeln, Salben und Co. Da mit diesem Umstand kaum jemand gerechnet hat, haben einige von uns nicht genügend Verbandsmaterial und auch Medizin zu Hause. Da wir nicht wie sonst einfach ins IB-Haus fahren können oder schnell mal zum Arzt gehen können, sind wir sehr beunruhigt. Was uns aber Kraft und Ruhe gibt, ist die Gewissheit, dass das Team von DEBRA Austria sowie das Team aus dem IB-Haus weiterhin Anlaufstelle für unsere Sorgen und Anliegen ist. Doch dass die Arbeit von DEBRA weiterhin gewährleistet ist, ist nur durch ihre Unterstützung möglich. Und ich möchte mich von ganzem Herzen bei Ihnen bedanken, dass Sie uns trotz dieser schwierigen Zeit weiterhin begleiten und uns unterstützen und wir so hoffentlich auf ein positiveres Jubiläumsjahr blicken können. Vielen, vielen Dank.